Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guten Tag, ich bin Reza, ein Freund Ihres Mannes. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass ich ihm noch Geld schulde. Manchmal denke ich, dass es einen Gott gibt, der uns ohne Grund jemanden schickt, der uns hilft. Vielleicht gibt es ja einen Grund. Ich möchte eine Unschuldsanzeige veröffentlichen. Sie können beim obersten Gerichtshof Widerspruch einlegen, aber das halte ich für Zeitverschwendung. Ich wusste nicht, dass er unschuldig ist. Ich versuche, seiner Frau und seinem Kind zu helfen. Alle Richter haben das gleiche Urteil gefällt. Es muss Gottes Wille gewesen sein. Es gibt keine Fehler im Heiligen Koran. Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Bitta und ich sind so froh, dass du hier bist. Denken Sie, dass man ein solches Fehlurteil mit Geld entschädigen kann? Sie haben ein falsches Urteil gefällt und sind nicht bereit, mit mir zu reden. Das nicht, dass du passiert, mit mir Glück. Vielen Dank.